Bei Karlsruhe sind am frühen Morgen die Kühltürme des Atomkraftwerkes Philippsburg erfolgreich gesprengt worden. Die jeweils 150 Meter hohen Bauten waren zuvor entkernt worden. Der Bauschutt, rund 32.500 Tonnen pro Turm, soll zur Aufschüttung des Geländes wiederverwendet werden. Genauer Zeitpunkt der Aktion war wegen der Corona-Beschränkungen nicht genannt worden, weil der Energieversorger größere Menschenansammlungen befürchtet hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017